Die kleine Prinzessin wurde im Turm eingesperrt und nur der zauberer Rabenhost weiß, wo der Schlüssel versteckt ist. Schnell die Augen wieder auf und los geht die Suche. Wer den Schlüssel findet und ihn dann auch noch in das richtige Schlüsselloch steckt, hat die Prinzessin befreit. Der verzauberte Turm, jetzt neu im Handel von 3 Magierspiele.